Wattenscheider, aber das DFB-Sportgericht macht's möglich. Thorsten Finke hielt sechs Wochen Sperre für nichts und wieder nichts. Ich hab das Voul selber gesehen, meiner Meinung nach lächerlich. Bessere Kunde bei der Fortuna, Ralf Lohse rückte nach vierwöchiger Verletzungspause auf den Libero-Posten zurück. Drasic und Tröger blieben draußen, stattdessen rückte auch noch Alberts ins Team. Ein kleiner Verschlucker am Anfang, immer noch besser als dieser Schussversuch von Jörg Sobig. Sie sahen es, denn der ging drüber nach sieben Minuten. Aller Anfang ist schwer, der zweite Versuch der Gastgeber, Sobig. Schon besser, Ciscale, aber Schmattke im Nachfassen nach neun Minuten. Das schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Hier die Hereingabe von Sobig und Ciscale. Wieder nur knapp zwei Minuten später Eckball Hans-Werner Moser. Keiner achtet auf Uwe Neuhaus und beim dritten Versuch Platz 1 zu 0 für Wattenscheid 09. Schmattke, Sie werden das gleich in der zweiten Wiederholung sehen, war durch Suleiman Sahne ein wenig die Sicht verdeckt, aber keine Behinderung für Abwehrmann Uwe Neuhaus. Das erste Saisontor gespielt. Elf Minuten. Hier sehen Sie es, Suleiman Sahne steht vor Schmattke und der reagiert zu speck. 6000 im Lorheide-Stadion, davon aber ein rundes Drittel aus der Landeshauptstadt. Trotz Karneval so viele mitgekommen. Dann die Antwort der Fortuna nur fünf Minuten später. Jürgen Gähne und am Ball Thomas Alofs. Der versucht es direkt und der passt. Wunderschön knallhart geschossen. 1 zu 1 der fünfte Saisontreffer von Alofs. Gleich zweimal zum Genießen in aller Ausführlichkeit. Und Wiffen Mohren würde an dieser Stelle sagen, die Zeitlopen hier in Extenso. 1 zu 1, also alles wieder beim alten Thomas Alofs, der Schütze. Das Spiel blieb wie das Ergebnis ausgeglichen. Es ging hin und her für ein Abstiegsduell. Ein gutes Spiel. Dann wieder die Fortuna, Alofs, Ralf Lohse. Schön sieht er, Uwe Rahn, aber der vergibt zweimal, hat er schon getroffen, aber nur zu Hause. Zwischenzeitlich erregte dann diese Szene die Gemüter. Hand von Aigner, aber außerhalb des Strafraums korrekte Entscheidung von Amarell. Er gab nur Freistoß. Trenanes-Bongatz hatte zum Rostock-Spiel zweimal umgebaut. Ein Wechsel zu Leimann Sahne. Sie sahen ihn eben und hier dieser Schussversuch von Hans-Werner Moser-Schmattke. Unsicher. Solche Unsicherheiten prägten das Spiel in der ersten Hälfte, aber es blieb abwechslungsreich. Auf der Gegenseite, Alofs. Sein Schuss und ein knapper Meter fehlt zum sechsten Saisontor. Dann wieder Wattenscheid 0-9. Markus Schupp, vorbei am ersten, vorbei am wüstens. An der Blick für den besser postierten Hans-Werner Moser, dessen Hereingabe scheint missglückt, aber Sahne versucht es aber auf, statt Innscheid. Noch vier Minuten bis zur Pause. Freistoß, Wattenscheid und wieder lauert zu Leimann Sahne in der Mitte. Hier ist er, diesmal versucht er es mit dem Fuß, aber Schmattke und Baffo können klingen. Ich sagte es, es ging hin und her im Neuheide-Stadion. Jetzt wieder die Fortuna. Anthony Baffo bekommt hier den Ball. Seine Hereingabe aber Freund und Feind verpassen. Die Gefahr aber noch nicht gebannt. Neuaufbau der Fortuna. Der Ball gleich bei Jörg Alberts. Hier seine Hereingabe und Rahm verpasst. Es blieb am 1-1 zur Pause und Kai Ebel sprach in der Halbzeit mit Horst Köppel. Mal Hand aufs Herz. Nach dem 1-0 haben Sie da schon mal mit dem Gedanken gespielt, ob es vielleicht doch einen Weg zurück auf die Bank gibt demnächst? Nein, auf keinen Fall. Egal wie das Spiel ausgeht, auf keinen Fall. Das heißt, Sie bleiben in jedem Fall in der Position, in der Sie jetzt sind? Auf jeden Fall. So nennen die erste Viertelstunde des zweiten Durchganges zerfahren und zusätzliche Aufregung durch einige verwirrende Entscheidungen des Linienrichters. Aber dann Jörg Sobic. Stark spielte er heute auf der linken Seite. Schmadtke verpasst, aber Sahne zum Glück auch überrascht. Und die Reaktion von Alice Bung. Nach 65 Minuten wechselte dann Fortuna, so heißt Trainer Jürgen Gede, aus. Sie sehen das gleich. Für Alberts, einem offensiven, kam Martin Spanring, ein defensiver Mann. Sie kennen das mit dem glücklichen Händchen eines Trainers. Soeben erlebten Sie die Unglückliche des Jürgen Gede. Hier, Spanring, sein erster Ballkontakt. Er verliert den Ball. Und 2-1, Ciscale, der Torschützer. 65 Minuten gespielt. Ja, Martin Spanring, er hätte sich wohl am liebsten verbuddelt, nicht Uwe Ciscale. Denn dem gelingt hier sein 4. Saisontor. Wir sehen es hier gleich durch die Beine von Jörg Schmadt. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Zu Laimann Sahne bekommt jetzt gleich den Ball. Hier. Und statt es alleine zu machen, sieht er den besser postierten Uwe Ciscale. Das 3-1. Und Ciscale weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Bei Vorbereiter zu Laimann Sahne. Das Ganze nur 3 Minuten nach dem 2-1. Saisontor Nummer 5 für Ciscale. Armer Jörg Schmadtke. Wieder rutscht der Ball durch die Beine. Und weiter ging es mit Wattenscheid. Und Höflichkeit ist drückt. Hilfst du mir, so helfe ich dir, dachte sich Ciscale hier. Sie zu Laimann Sahne. Und das 4-1. Das 7. Saisontor für den Senegalesen. Eben noch Vorbereiter. Jetzt selbst der Torschütze. 3 Tore innerhalb von 5 Minuten. Das bricht jeder Mannschaft das Gelegt. Natürlich versuchte die Fortuna sich aufzubäumen. Aber es ist schwer. 1 zu 4 der Spielstand. Da hatte man so gute Erinnerungen. 4 zu 3 hieß es am 30. August. Es war der 1. Sieg überhaupt in dieser Saison für die Fortuna. Hier der schöne Schuss von Büskens. Aber... Das Spiel plätscherte dann dahin in den letzten 15 Minuten. Die Fortuna hatte in der 1. Halbzeit sehr gut mitgehalten. Auch die Chance gesucht. Nach vorne gespielt. Auf des Gegners Platz. Aber es sollte nicht langen. Es blieb beim 4 zu 1 für die SG09. die sich damit Luft im Abstiegskampf verschafft. Den Düsseldorfern und Trainer Jürgen Gede hingegen durfte der Spaß am Karneval vergangen sein. Kai Ebel wollte zumindest Stimmen sammeln. Martin Spannring, ganz kurz. Zwei Fragen. Martin Spannring hat mit seinem Fehler im Grunde genommen die Niederlage eingeleitet. Ja gut, das hat jeder gesehen. Ich meine, mit Absicht macht das kein Spiel. Aber wenn ein Spieler, der endlich mal wieder eine Chance kriegt und normalerweise drauf brennen muss, dazu zeigen, wo es lang geht, dann gleich mit dem ersten Kontakt das zweite Tor einleitet, ist natürlich schon enttäuschend und auch erschreckend. Haben Sie Ihre Meinung gegenüber der Halbzeit denn jetzt schon geändert, was die Trainerbank angeht? Nein, auf keinen Fall. Ich habe das gerade zum Kollegen gesagt, wir werden sicherlich zusammensitzen müssen, Präsidium-Trainer und ich als Manager. Aber was wir tun, kann ich im Moment nicht sagen, da muss man kurz nach dem Spiel keine voreiligen Schlüsse ziehen. Über Jürgen Gede als Trainer wird aber wahrscheinlich auch gesprochen. Nein, wir werden überlegen, wie es überhaupt weitergeht. Okay, danke schön. Tschüss, der Kollege. Das ist schön, der Kollege. Ja, zurück noch mal nach hier oben. Kein Tag wie jeder andere, denn Anpfiff gibt es noch ein paar Mal, aber leider ohne Wilfried Mohren. Lieber Willi, hat Spaß gemacht mit dir, alles Gute. Tschüss von mir und auch noch so einigen anderen. Ja, also Wilfried, wir kennen uns auch lange genug und ich wünsche dir alles, alles Gute für die weitere Zukunft. Lieber Wilfried, war wirklich nett mit dir und ich hoffe, du hast recht bald Heimweh zu uns allen. Ciao. Tschüss, Wilfried. Tschüss, Wilfried. Tschüss, Wilfried. Mach's gut. Das war eine wunderbare Zeit und ich habe gehört, du machst heute deine letzte Schicht bei RTL. Ich drücke dir von hier aus alle Daumen für deinen neuen Job im Osten. Alles Gute auch von mir hier, Wilfried. Mach's gut. Tschüss, Art Job. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja. 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 Ja, vielen Dank, vielen Dank an die Kollegen, vielen Dank auch an Wattenscheid. Ich bin jetzt Wattenscheider-Fan geworden. Aber...